Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Tales from the Borderlands. In der letzten Episode haben wir die erste Episode abgeschlossen und starten in ein frisches Abenteuer. Episode 2 Atlas ausgeraubt. Ich bin sehr gespannt, wie unsere Story mit Reese, Vaughan, Fiona und Sascha weitergeht. A Hauptgeist. A Vault Key. Finding co-conspirators was easy. Finding real Vault Keys never is. Then, there's the Pandoran Hustler, who conspired to sell a fake Vault Key. But unfortunately, plans don't often go, you know, as planned. A bullet saved is a bullet earned. And now, they were stuck with each other, with nothing to gamble, but their lives. So, they prepared to face psychos, warlords, even Vault Hunters. But betrayal, no one is prepared for betrayal. She tried to stop him, but it was too late. The money was gone, but the path to a Vault Key was right under their feet. Below the arena, they found the Gortys Project, Atlas's Crown Jewel. Along with a lost king, looking to regain his throne. Aha. Ein verlorener König ist das also, der dort zu uns spricht. Ist das vielleicht... Ist Atlas eine Firma, die pleite gegangen ist? Oder die auf jeden Fall nicht mehr existiert? Und dieser Typ ist der ehemalige CEO von Atlas oder so ähnlich? Und er will irgendwie wieder die Firma... Na ja, irgendwie wieder Macht erlangen durch die alte Atlas-Technologie? Okay. Oh, hey. Sorry, was du da an? Hey, seriously, can you use your words? You're just wasting bullets with that thing. Mm, yeah, okay. Aw, come on. You drolled on me. Huh? Oh, yeah, that's a... Wow, that's a lot. I am feeling a little bit I am feeling a little bit of this. Gehydrate. Was ist falsch mit dir? Da, jetzt sind wir gleich. Du bist ein Monster! Stopp! Ich werde dich raus aus diesen Verständn. Ich mache mich nicht so, weil du mehr so, weil du mehr so, dass du. Ja, okay. Ja, das funktioniert für mich. Wir machen das. Wir haben einen langen Weg zu gehen. Wir sollten bis die Sonne gehen. Könnte ich ihn bitte einmal aufhören? Nur, um es aus meinem System zu holen. Du musst auf deiner Gefühle-Management arbeiten. All diese Animosity ist nicht gut, aber... Nur eine. Was? Okay, ich bin gut. Du hast mich in den Nacken. Let's go. Ich bin ja echt mal gespannt auf die Enthüllung, wer nachher der Typ ist hier. Der uns hier bedroht. Bestimmt irgendjemanden, den wir schon kennen. Ich... Welle. ... ... ... ... ... ... ... ... Komisch, dass nur er ihn hört. Wenn es wirklich etwas mit diesem Schlüssel hier zu tun hat, den wir gefunden haben. Vielleicht, weil wir irgendwelche Atlas... Vielleicht, weil wir irgendwelche Plugins von Atlas haben. Wie nennen sich die Dinge jetzt nochmal? Die Computer arbeiten! Woher ist sie? Du bist nicht nur mit der Schleppel auf dem Schrauben? Vielleicht kann ich eine Legend auf dem Schrauben bringen. Ah! Frauen und Technik. Ich bin okay. Hast du es überrascht? Geh' auf, Fiona. Pick' ihn ab. Fiona, du hast es schon mal zuvor. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich weiß nicht, ob wir die Chance haben. Wenn man noch nicht weiß, ob wir ihm wirklich trauen können, Vaughn ist irgendwie ein komischer Typ. Ich glaube, der würde uns verraten, wenn es irgendwie drauf ankommt. Der ist irgendwie so schmierig, als ob er uns verraten würde, wenn sein Leben auf dem Spiel steht. Sind sie alive? Keine Ahnung, wer es ist, aber sie sind sehr viel nicht alive. Komm schon, lass mich noch ein bisschen Geld finden. Ich brauche ja noch Geld, keine Ahnung wofür, aber Geld ist nie verkehrt. Vergessen des Essens-Tablettes, was ist daran so interessant? Wieso vergessen? Vielleicht war es Absicht, es hier zu lassen. Das dachte ich mir doch, dass es nicht gut ist. Das ist wahrscheinlich nicht. Wait, hast du das? General Pollux, das ist nicht gut. Ist das sein Messenger, oder was, der da jetzt piept? General Pollux, hat der etwa hier das Essen stehen gelassen? Es piept sich auf jeden Fall hier aus der Ecke. Ah, General Pollux, da sind sie, ja. Oh, sie sind noch frisch. Das ist tatsächlich sein Messenger, wie geil ist das denn? Das war eigentlich nur ein Witz. Wieso liegt der denn hier und ist am Verrotten? Hat noch fein aufgegessen und dann? Ach komm, zieht nicht zu hart, sonst reist die ihm nochmal die Beine noch aus. Jetzt was? Komm, lass uns doch erstmal versuchen, lass uns doch erstmal gucken, ob wir das da aufbekommen, oder? Im Ernst? Lass uns doch erstmal gucken, ob wir ihn irgendwie so rausbekommen. Ah, gut. Ach komm schon, das ist doch, äh, nicht schlecht. 300 Dollar. Ach komm schon, ich will nicht sein Auge nehmen. Ach komm schon, ist das wirklich die einzige Wahl, die ich hab? Es ist, glaub ich, wirklich die einzige Wahl, ich muss ihm das Auge rausreißen, das ist irgendwie uncool. Gib deine Hand. Ach komm schon. Ja, wie soll ich's denn machen? Hab ich hier... Ach so! Kann ich hier von irgendwas nehmen? Nee, ich komm ja gar nicht in das Inventar rein. Oder? Nö. Bin ich wie? Okay. Ich weiß grad nicht so genau, was ich hier tun soll. Kannst du nur angucken. Ja, der Hand will sie's nicht tun. Sag mal. Kann man sich das so machen? Ist jetzt alle Tasten gedrückt? Keine Ahnung, wie ich da jetzt Inventar komme. Ach. Was soll ich denn jetzt hier tun? Kann ich das Inventar auch nicht mehr aufmachen? Kann ich irgendwas aber sehen? Hier ist doch nix. Nur dieses dämliche Auge. Hm. Hm. Irgendwie häng ich hier gerade fest, Leute. Aha, okay. Ich komm ja hier doch raus. Ich komm ja hier doch raus. Oh, ich bin so blöd, ey. Ich lauf da rum wie so ein Idiot. Och. Okay, nein. Okay, das ist eklig. Das ist ein Göffel. Eine Gabel und ein Löffel. Ist das... Ist das schön. Ich werde es rausholen wie ein Eiskügelchen. Hm. Ist das lecker. Okay. Oh Gott. Oh, ich werde es nicht. Oh, ich werde es nicht. Oh Gott. Oh Gott. Why did that just happen? Oh, man. You split the eye right in half. All the juice from the thing. Oh. Why are you describing it to me? I know. I did it. Right. Sorry. Look, all I'm saying is. You got one more shot. Right, because he's got two eyes. One eye. Now. You got a knack for numbers, don't you? I'll just wait over there. Oh, nein. Sie verkackt das bestimmt. Guck doch erstmal nach, was Reese oben macht. Oh Gott. Oh Gott. Herrlich. Herrlich. Ah, ist das schön. Oh, ja. Oh. Schau mir in die Augen, Kleines. I totally would have crushed it. Let's just get this thing over to the scanner. Ja, mein bester. Okay, Gesichtsausdruck ist nicht wirklich groß anders als vorher. Oh, ja. Message one. Athena. Gortis facility. Oldhaven. Hello, Pollux. Too bad I missed you in Oldhaven. As you've no doubt surmised, the Gortis project has been terminated. And now that you have no soldiers under your command, I regret to inform you that you've been relieved of your duties. I'll come by soon to ease your transition into retirement. Uh, what's Oldhaven? It's an Atlas mining town. It's been abandoned for years. Which makes it the perfect place to hide a Gortis project. Whatever that is. Message two. General Pollux, memorandum. If you're watching this, then I'm already in suspended animation. You must understand. Athena was trying to kill me. And what I possess is far too powerful to end up in the arsenal of a ruthless missionary. Athena is no longer a threat. Please activate the revival protocol in my stasis doc. My life and quite possibly the fate of the universe. Gortis your hands. Scheiße. Der Typ war gar nicht tot. Oh, no. Does that mean he was... Oh, when you scooped... Oh, no. No way. No. No, he had to be dead when we... Don't. Just... Don't. Don't. Oh, no. I guess we're going to Oldhaven. Reese, you want to take a look at... Oh, ouch. I'm fine. What's the matter with you? I'm fine. Be right down. Er wird gestoßen von diesem... Wait, what? Auf was ist er denn jetzt gefallen? What are you talking about? I saw you hit that girl... No, no, no. I hit my head on that, but I didn't hit my head when I fell on the computers. And obviously there wasn't a geyser of blood. There was quite a bit of blood. This is all fascinating. Die beiden sind auf jeden Fall anders angezogen. But what about Jack? Oh, right. Jack. Jack, der Typ, den er sieht? This, ladies and gentlemen, is the gorgeous project. And it's gonna lead us to a vault. And then I'll probably kill you. What? Okay. Here's what's gonna happen. You, uh, I'm sorry. What's your name again? Come on. Spit it out, dum-dum. I don't have all day. I... Oh, good. You worked for me. I thought I was gonna have to get violent there for a second. Or more violent. Jack, dein neuer bester Freund-Freund-Freund-Feind. Come on. Time to wait. That's not handsome, Jack, right? Sure, it's no automated defense. It's like, Atlas is just picking us to take it. Come on, Cupcake. What's the hold up? Get over here! Yeah, I know. I'm your hero. You're my biggest fan. Blah, blah, blah. Welcome to the club. Just try not to wipe yourself again. You might short something I'm dead. All right, take notes, kiddo. I'm not one to repeat myself. Our first step is secure the area. Not enough to attract bandits. Just enough to keep out the gawkers. Oh, uh, then we're gonna need a drop ship to get this tech out of here. You're... You're a hologram. Yeah, I'm your boss. Which means I can terminate your employment. No, no, I mean, I can see through you. I was just threatening to kill you. That wasn't being subtle. Right. I understood. Oh, you talk way too much. I'm gonna have to fix that. Huh? No, 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 no. Why did that just happen? Oh, shut up. Are you screaming because you're in pain? Or are you just freaking out because this is really weird? Was geht hier vor, ey? Das ist gerade so crazy. Er weiß nicht, dass er ein Hologramm ist? Stop doing that! Handsome Jack died. Down on Pandora. I mean, here on Pandora. Das ist wirklich Handsome Jack. No, 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 no. That's impossible. I can't... Die? It's... No, 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 that's stupid. No way. Ugh. Never had to tell someone they died before, so... I'm sorry. That must suck. He-he-he-he heroes don't die. Especially not before the story gets to the good part. This doesn't make any sense. No, 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 no. I'm-I'm-I'm Handsome Jack. I don't die. Hey, there's too much left to do. I'm not-not happening. Not happening. Hey, give me a cupcake. Just let me try to rip your throat out one more time. Just one more time. Give me a... No, no! Hey, you see, I think I just gotta be quicker about it. That's what it is. I'm not afraid of you. Any-anymore. Uh-oh, really? Then why are you backing up, tough guy? Where are you going? You're so stupid. Watch your head to me. What's the matter with you? Whoa! Whoa! Reese! So much pain. Why am I still conscious? I don't understand. Reese, hey. You all right? What the hell are you doing? You're acting... Strange. I'll tell you the truth. I know this sounds a little weird. I know this sounds a little weird. I just... I just saw Handsome Jack. What are you saying? Handsome Jack, he was... He was next to me. Right? Okay. Well, you had quite a spill there. Let's just get you up off this thing. Here you go. You know, these fumes can't possibly be helping. Oh, I must be pretty out of it. What is this? Is this so a kind of bomb or what? What's this? Ah, er verrät uns. Saftsack! Hilft er uns? Hat er uns jetzt verraten? Hat er uns geholfen? Ich war mir selber nicht sicher. Hat uns, glaube ich, geholfen gerade, ins Auto zu kommen. Blöde, aber diesmal musst du dich nicht für uns abfahren. Ja, ich habe eine Begegnung mit HR, wenn wir zurückkommen. Aber wir müssen jetzt nicht sterben. Wir haben unseren Bust, um rauszukommen. Wie lange, bis es rechariert wird? Ein paar Minuten zumindest. Gib mir das Rad. Was? Warum? Ich habe keine guten Grund. Das war's, was ich dachte. Ich kann die Moonshauten schrauben. Das ist unmöglich! Nicht, wenn ich weiß, wo sie landen. Dann was? Wir gehen nach Hollowboy. Sie können uns nicht beobachten. Du besser wissen, was du machst. Ja, das habe ich auch. Okay, das ist was wir tun. Wir halten uns einfach, bis das Ding voll ist, und dann können wir von hier rauskommen. Okay, kein Problem. Kein Problem. Easy. Auf so einem dreibeinigen Ding, das ist super stabil. In Kurven. Also, ich mache mir gar keine Sorgen. Gott, die Viecher kenne ich auch noch. Ich habe ihn doch, oder? Ja. Äh, ja. So ein bisschen wie der Todesstern, das Ding. Selbst dabei sah die eigentlich noch ganz gut aus, oder? Was macht sie da? Rake Hive. Es ist eine Hauterkrankung. Was ist das für ein Riesenvieh? What the fuck? Oh, nein. Ich mache das schon. Ich mache das schon. Schon reißen die Viertel raus. Äh, ja. Links kommt ein Einschlag. Und wir schaffen's. Irgendwie. Was ist das für ein Vieh? Okay, der Boost ist fast aufgeladen. Sehr schön. Boost. Wie cool war das denn? Wir brauchen schon Reifen. Wir fliegen quasi. Komm schon. Ich habe ihn gehabt, oder? Ja. Nein! Ah, ist das cool gemacht. Tales from the Borderlands. Ja. 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 Und damit sind unsere Helden wieder getrennt. Und das Abenteuer beginnt wieder von neuem. Und ich sagte ja bereits, diesem Vaughn, dem traue ich irgendwie nicht. Ich offende ihn jetzt. Stroke, stroke. Ja. 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 Ich glaube, dass sie eine scheiß Spionin ist oder sowas. Die kommt mir irgendwie komisch vor. Hehehehe. Man, sie ist auf jeden Fall gut trainiert, ja. Für ein Buch, Alter, nicht schlecht. Ja. 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 Ich finde sowieso, dass Handsome Jack sehr viel Ähnlichkeit mit Reece hat. Vielleicht hat das noch irgendwas miteinander zu tun. Die beiden sehen fast identisch aus. Schaut es euch an, sie gehen quasi identisch, haben eine ähnliche Frise. Sogar diese an der Stirn, diese Macke ist gleich. Auf der anderen Seite, ja zwei, Handsome Jack hat zwei von den Dinger. Bist du mit mir beschäftigt, Cupcake? Ich meine, ich denke über das. Du hast alle diese Handsome Jack posters in deinem Büchner, Mann. Ich denke, das ist ein bisschen weir. Das macht zwei von uns. Das sind motivatische posters. Du bist die Katze? Sie sind Hyperion issued. Vielleicht hat es etwas zu tun mit dem Nakayama Drive. Namayaka, was? Warum ist das so familiar? Ich habe ein paar Daten, du weißt, direkt in meine Hände. Ah, Nakayama, genau. Das weirer, das war mit mir beschäftigt. Das ist ein Handsome Jack. Ich glaube schon, dass Borderlands wirklich mal spielen und mehr darüber herausfinden. Ja, was, nicht wahr? Welche Version von Jack, die du da in den Namen hast, hat Nakayama für eine Grunde genommen. Ja, genau. Auch dieser Idiot bekommt es. Hyperion würde die Enden von Pandora abholen, um es zu bekommen. Wir erzählen niemandem. Nicht nur, bis wir herausfinden, was wir machen. Nein, 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 nein. Du musst mich zurückkommen in Helios. Du bist wahrscheinlich richtig. Nein, nein, nein. Du bist definitiv falsch. Das ist Tortur. Das ist, was es ist. Ich bin in Helm. Das ist, was in Helm ist. Also, ich würde erstmal nicht damit prallen, dass wir Handsome Jack gefunden haben. Erst recht nicht, wenn er tot ist. Erstmal würde es uns eh keiner glauben und... Ja, nicht, dass uns das nachher noch in Schwierigkeiten bringt. Ich weiß nicht, was das ist. Das sieht nicht gut aus, finde ich. Ich bin zufrieden, von walking. Das macht zwei von uns. Oh oh. Incoming! Es kommt direkt vor uns. Ich glaube, der Tracker ist working, ha, boys? Es kommt direkt vor uns! Komm, du Papa! Ist das Vazquez? Ist das tatsächlich Vazquez? Ah, was? Nice sock. Fancy meeting you two here. Hier I was, out for a nice drive, and I land right on just the guys I was looking for. It's red, Hugo. I thought you wanted your car in black. Ho ho ho. Ho 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 ho. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Let's see what you did there. That's funny. You steal my car, you make jokes about it. That's good. That's great stuff. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Look, I know we had a deal. And, uh, while I don't like to go back on an agreement, made man to man, the circums- Hey, I- That's right, we did have a deal. Us. Ich wusste es, dass er uns verkauft oder verkauft hat sogar schon. Ah, ich weiß nicht ob ich dir trauen soll, aber... Er hat mir das Geld auch gegeben. Wirklich? Was hast du ihm gesagt? Was ist das? Da sind sie, Genieus. Sie zwei Freaks beginnen zu spüren, ich will eine D-C-Grade gehen bevor zu lange. Du hast mich gehört. Ich mache mich wieder zu sagen. Nein, 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 ich bin nicht spüren. Wie kann ich gutschauen? Ich weiß nicht ob das eine gute Idee ist, aber es ist auf jeden Fall eine Idee. Oh Gott. Komm schon Vaughn, du hast doch auch eine Schaufel. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das falsch gemacht. Ich habe eine schwerste Noggin. Sieht so einfach in den Filmen. Amateur, du musst auf die Brüge der Nose. Wie ist es, wenn ich immer wieder auf die Idioten sind, in eine schlimme Situation? Du bist nicht helfen. Alles klar, der Spaß ist vorbei. Wir sehen, dass wir uns für diese Schäuhe von Graves beitragen werden. Reese, du stirbst erst, und dann kann er dein Körper in der Auto holen. Ich werde ich selbst bürieren Vaughn. Was? Ja, sie wollen diesen Idioten Körper für etwas da oben. Etwas, äh, wichtiges, fließt in seinem Kopf. Das ist ein Prototyp. Die größte Schäuhe, die Hyperion hat ever gemacht. Oh ja, ein Prototyp, was? Welche letzte Sprache? Na, was das? Ja, was das? Inevitable... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ja, das ist ein Spirit. Das war drei Worte. Ich werde sicher, dass ich 8 Sch*** auf deine Tombstone verleuert habe. Und ich wäre mehr Angst, dass meine Tombstone auf meine Tombstone, wenn du wo die Sicherheit war. Du bist wunderschön. Ich bin in der Mitte, du... Gott, verdammt. Ist da ein Problem? Ich weiß, wie ich eine Schuss. Ich möchte nur die Maximum Schmerzen aus dieser Sache. Okay, schau. Ich möchte, wie ich diesen Idiot zu sehen würde, ich töte dich zwei Idioten. Ich kann das nicht passieren lassen. Ich bin... Ich bin... Ich bin nicht in dir, aber ich bin... Wenn du gehst, dann gehst du. Ich habe dein Echo Eye aufgeholt. Also, benutze es, um etwas zu hacken, und komm uns aus diesem Sch***. Ich finde, wie du mir zurückkommst. Ich hab dich zurück. Okay, schau diesen Mann ab. Okay, liebe Leute. Es ist eigentlich ein perfekter Augenblick, um diese Episode zu unterbrechen. In der nächsten Episode werden wir schauen, wie wir hier aus der Situation rauskommen und uns, ja, von diesem Idioten hier befreien. Vollidiot. Würde mich sehr freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, hier zu Tales from the Borderlands. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Silent. og Wirruti. Man. Wirruti. Untertitelung. BR 2018